Ich finde dich überall. Die verlässlichste Begegnung an einem Freitagabend bist du. Aus tausende Augen schaust du. Aus Jungen und Alten und da, wo man dich nicht erwartet, bist du ganz sicher zu Hause. Manchmal rotten wir uns zusammen, um dich zu verleugnen. Das kann so schön sein. Manche von uns schmieden dann einen Pakt, verbringen ein Leben nur miteinander zu den verrücktesten Bedingungen, um sich vor dir zu bewahren. Aber dann bist du ja doch bei ihnen, hältst sie fest umschlungen. Denn dass jemand einfach nur nicht allein war, hat dich noch nie gestört. Einsamkeit. Einsamkeit. Du schaust mich an aus den Augen derer, die immer unter Leuten sind. Sowie aus denen des Einsiedlers, der sich mit dir arrangiert hat. Aus denen der jungen Schönen, aus denen des schmuddeligen Hausmeisters, aus denen des Investmentbankers. Und manchmal, ich muss es so direkt sagen, auch aus denen, dein liebes Spiegelbild. Abschmacht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020